So, Start frei für diese Klasse 4 und wie gesagt, Tobias Harlecker geht jetzt in Führung, jetzt bin ich mal gespannt, ob der in Bernd Heidig die ganze Zeit heilt den kann. Klasse 4, Spezial-Tourenwagen, hier muss zu erkennen sein, um was für eine Otto sich das mal gehandelt hat und da kommt schon der Angriff von Bernd Heidig und der beginnt ganz klassisch dran vorbei. Bernd Heidig, neuer Erster. So, die beiden Käfer stehen auf den Zeichen. So, da fehlen mir noch einige Namen, zum Beispiel die 428 muss heute nachgenannt haben, denn in der Original-Wertungsliste finde ich ihn da nicht. 30, 80 geht schon von der Strecke. So, Bernd Heidig, vor der 400. 22, Tobias Harlecker. ... добрыхkt. ... ... ... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.